So, jetzt sind wir wieder vollzählig. Ein Licht. Haben wir ein Licht hier. Servus Tobi. Ja, Mann. Wir eröffnen das zweite Set mit einer Nummer. Die nennt sich Superstar. Und wir brauchen da all eure Hände. Und zwar, wir müssen einen Rhythmus klatschen, den wir auch letztes Mal zusammen probieren. Wie am Skript. Ja, geht's los. One, two, three, four. 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 One, four, three, four. Musik 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 Ja, 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 Jessy! Dankeschön! Das Jessy ist echt tight, man. Ja, das kennen wir uns. So, weitergehen tut's wieder mit einer Nummer von unserem wunderbaren Pianisten und Sünd. He's called the Sündlord. Ja, 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 give it up von Matthias Lebuschee. Die nächste Nummer, go for go! Juh! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 guitar solo 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 guitar solo